Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt kommt wieder die heisse Zeit für T-Shirts. Und bei Coop gibt es jetzt glatte Modelle für die ganze Familie, eine nächte Coop-Leistung in Qualität und Preis. Coop hat Polohemdchen noch sportlicher gemacht und herausgekommen dabei sind die sportlich elegante Polo-T-Shirts für Sie wie für ihn. Die Polo-T-Shirts sind angenehm zu tragen, denn sie sind aus 100% Baumwolle und sie sind in verschiedenen Farben erhältlich. Aber auch für die Kleinsten in der Familie ist natürlich gut vorgesorgt, schauen Sie mal die glatten Sujets und Tessins. Alle die Kinder-T-Shirts sind ebenfalls aus 100% Baumwolle. Genau das Richtige für Ihre Jüngsten an den heissen Sommertagen. Ja, und gegen den grossen Durst sorgen Sie am besten jetzt schon vor. All die Erfrischungsgetränke sind bei Coop zu so günstigen Aktionspreisen erhältlich, dass es sich doch lohnt, einen grossen Vorrat anzulegen. Denn Verbrauchsdatum sind ja auch angegeben. Das Crepefruit, das Orange und das Citro. Auch aus naturreinem Mineralwasser ist jetzt bei Coop speziell günstig. Je nach Region garantieren die bekannten Mineralquellen für die Spitzenqualität. Losdorfer, Hennier-Santé, Arkina und Weissenburger. Aber auch die Liebhaber vom naturreinen Fruchtsaft sind bei Coop gut bedient. Mit exklusiven Spezialitäten wie dem typischen Blutorangensaft aus Sizilien oder dem Orangensaft plus Aprikosen. Auch der rote Traubensaft, der Apfelsaft und natürlich auch der Orangensaft und der Gräppfrüensaft gibt es in diesen handlichen und platzsparenden Packungen, die Sie auch gut zu einem Picknick mitnehmen können. Die Fruchtsaft sind absolute Spitzenqualität, denn sie werden unter den strengen Qualitätsnormen von Coop schonend abgefüllt. Das heisst, die Fruchtsafte sind 100% naturrein und garantiert unzuckert. Darum haben Sie mit diesen Fruchtsaften von Coop immer ein fruchtiges und von Natur aus kaloriennahmes Getränk. Zu einem günstigen Preis. Ja, so das wäre es am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop 10 verschiedene Delikatess-Suppen von Macchi für nur 55 Rappen der Beutel. 830 Gramm Coop an Städtli-Füllung statt 4,90 nur 3,90. 500 Gramm Bonchour-Pflanzen-Margarine statt 2,60 nur 2 Franken. 1 Liter Sonnenblumenöl Dorina statt 4,65 nur 3,95. 200 Gramm Streichschmelzkäse Lioba Delicat für nur 1,60. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag 4 Kilogramm Persil statt 12,90 nur 10 Franken. Und 4 Liter Gewebefrädler Dedidus kostet statt 5 Franken nur 4,30. Und als aktueller Preisschlager finden Sie bei Coop 20 Stück Moltex Kombinett, die praktische Hösliwindel für den Tag, für nur 4 Franken. Und für Kleinkinder 24 Stück nur 7,90. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017